Die geht gar nicht, also muss ich schon echt sagen, die geht echt überhaupt nicht. Wie wäre es einfach mit der, die wir ja davor hatten, die als Sekundärwaffe immer noch das Schatz schützen? Ja, das machen wir so. Woher kommen die, Motherfucker? Wo kommen die eigentlich her? Wo kommen die Arschlächer her? Oh, das ist wehgetan. Das hat gesessen. Ja, ja, aber wer hat mich von hier jetzt... Oh, ich... Das war der Scharfschütze, der mich beinahe umgelegt hätte. Alter. Was ist denn da vorne, was so weh tut? Ist das schon wieder so ein... Squad Kill, Motherfucker. Boah, ich muss hier weg. Ich hab schon verstanden. Geh da weg. Ich glaub, das ist gesunder für uns. Kriegen wir ja keine Amo mehr. Krieg ich... Gadgets? Krieg ich keine... Fuck, ich krieg keine Amo mehr für die Scheiße. Fuck, krieg ich keine Amo mehr. Wir müssen den irgendwie hier rauslocken, deswegen... Was war denn das, bitte? Einfach so. Seht ihr ihn? Ähm... Wie machen wir's denn jetzt? Ja, wir werden das jetzt einfach nochmal probieren. Die Farmers wollten wir doch nochmal umwenden. Oh, ey, lass mal die Waffen jetzt mal so, wie sie sind, ne? Ganz easy. Fahrzeug, auf der Straße. Feindlicher Panzer, wieder. Wo? Ist er da vorne? Ne, das ist ein Fahrzeug, ne? Ja, das ist ein bisschen. Irgendwas müssen wir doch sehen können. Da vorne ist ein Scharfschützer. Dem müssen wir nicht begegnen. Da ist der Panzer. Der gerade am Anrollen war. Ja, das machen wir anders. Und zwar... Bewegen wir uns jetzt erstmal hier entlang, ne? Und da der anscheinend im Kreisel fährt, werde ich hier auf dem Weg ein paar Sprengminen setzen. Okay? Wir gehen jetzt auch nach oben. Wir stecken uns jetzt erstmal hier drin. Und schalten erstmal alles aus, was sich hier bewegt. Alter. Was ist das? C4. Braucht keinen Schwanz. Alter, lang, ey. Gott sei Dank trifft er uns von hier aus nicht. Ich hätte fast den Mund zu voll genommen. Wo ist denn der scheiß Panzer? AK-12. Zweites Visier, bitte. Ist der Panzer hier, oder was? Ja, da ist er. Und da ist tatsächlich nichts mehr. Ah. Ja, natürlich, wenn er uns hier entgegenkommt. Aber hier natürlich auch nichts dagegen. Oh, fuck. Fuck. Komm her. Ah, aber diesmal, das würde gehen. Das würde gehen. Das heißt, ich habe das schon mal kapiert. Das würde funktionieren. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Dann werden wir uns diesmal die M4 nehmen und als Gadgets direkt mal hier die beiden aussuchen. Lauf. Fahrzeug auf der Straße. Patrouillierende Wachen. Direkt hoch. Ja. Wir sollten nach oben. Ja, ja, das sollten wir tatsächlich. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt müssen wir nur... Da ist der Wagen, oder? Ja, da ist er. Aber auf den warte ich jetzt erstmal hier. Weil... Ich brauche meinen C4. Da ist es. Das wird zerstörerisch. Das war unsere Mauer, ne? Das war nicht so clever von mir. What the fuck? Ach, du Ficke. Das Fahrzeug ist schon mal eliminiert. Aber ein Treffer und ich bin gleich eliminiert. Komm schon, bitte heil mich nochmal. Bitte, 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 bitte. Ich bin tot. Ein HP. Ah, Nutten. Fick, Drecksauer. Ah. Fick. Es macht echt keinen Spaß, immer so zu sterben. Warum habe ich das jetzt gerade gemacht? Ach, ich weiß es nicht. Ehrlich nicht. So. Ja, aber wo? Nee, nee, man sieht mich nicht mehr. Ah, okay, das ist er. Er kommt diesen Weg hier. Probieren wir es mal, ob wir ihn direkt bekommen. Pferde darüber? Yes. Haben wir ihn direkt bekommen. Kopftreffer? Kopftreffer sounds gut. Na du, komm mal her. Okay, das war hier also nichts mehr. Uff. Noch einer, oder was? Granatenwerfer? Von wo? Von wo? Wir müssen weiter vor, das habe ich schon kapiert. Aber von wo kommt der scheiß Granatenwerfer? Ach, du Schwanz. Du Schwanz. Ich glaube, ich habe ihn aber. Ja, ich habe ihn. Oh, war das gut. Eng. Komm, jetzt triff nochmal. Hier, schieß. Jetzt... Boah, fick dich doch. Drecksnotensohn. Echt, ey. Geht er einen richtig auf die Nüsse, wenn man hier erwischt wird. Ja, ja, das... Das ist allerdings kein Stress, das Maschinengewehr. Da machen wir die... Typen mal auf dem Dach schnell fertig. Ach, der war das mit... Der hat mir direkt ins Gesicht gestrahlt. Jetzt müsste es keinen mehr geben, oder? Ja, jetzt gibt es keinen mehr. Mal gute Arbeit geleistet hier. Kein Stress also jetzt. Gehen wir direkt ins nächste Haus von... Boah, 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 boah. Okay, das war nicht so clever von uns. 75... Like, 65... Okay, kein Stress, kein Stress, bitte. Wer hat da auf mich geschossen? Komm raus. Komm. Komm raus jetzt. Sei nicht so eine Pussy. Jetzt komm. Ey, ich habe eh keinen Aim. Von daher, warum versuche ich es eigentlich nicht? Schießt mich von hier einer ab, oder was? Irish, verpiss dich. Von hinten kam der Schuss, okay. Von wo? Ah, ich hab dich, du Hurensohn. Das war einer. Wahrscheinlich einer von mehreren. Ey, was ist... Godlike mein Aim, natürlich. Godlike. Äh, nichts anderes als Godlike, muss man schon sagen. Ich brauche Amor. Boah. Boah, das ist eng. Boah. Boah. Kein Stress, bitte. Wir werden das schon schaffen, irgendwie. Gut, den haben wir schon mal umgelegt. Rein in den Park. Rein in den Park. Komm, 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 komm. Fick, den Drecksorner hat der mich erschreckt. Aha. Zwei Bellen. Wird aufgestellt. Aha, okay. Wo kommen noch Schüsse her? Ach, von da hinten aus. Alter. Soll der Scheiß hier. Wir müssen die jetzt erstmal hier fertig machen, bevor wir weiter können. Ach, das ist so ein Ding. Okay, dann ist hier alles frei. Können wir jetzt in Richtung Park gehen, meine Freunde, würde ich sagen. Würde mich sehr freuen. Auf geht's. Da vorne steht ein schöner Turm mit Ammo. Munition. Den wir gut benutzen können. Das trifft mich, aber kein Stress. Hier ist niemand, der mich umlegen kann. Hoffe ich. So. Zum Nachladen ist diese Waffe das beschissenste der Welt. Sprühfeuer. A la Bonheur. Da vorne sind noch zwei... Das war eine heftige Blendgranate. Ich sehe nichts mehr. Gut. Noch besser ist es anders. Und zwar mit der Waffe, weil die muss mehr Damage... Also die macht nicht so viel Damage, klar, aber... Ach, ich kann's euch nicht erklären. Ein Scharfschütze oder was ist das? Das müsste ein Scharfschütze sein. Alter. Wo? Rechts. Den darf ich hier nicht durchkommen lassen. Ich muss mich in irgendeine gute Deckungsposition bringen. Hier vielleicht so ein bisschen, ne? Wobei so gut ist diese Deckung hier nicht, ne? Also, ne, das war nicht so clever. Rüber. Müssen wir uns schon zurückziehen. Müssen wir uns schon zurückziehen. Wir werden gleich umzingelt. Hier. Scheiß Dreck. Fast schon wieder zurückgehen. Hier werden wir umzingelt. Hier werden wir umzingelt. Das können wir also nicht halten, die Stellung. Also kein Stress hier. Wir werden uns hier gut verteidigen können. Fürs Erste. Die sind teilweise echt frech. Die sind teilweise wirklich, wirklich frech. Wer hat mich denn hier abgeknallt? Beziehung. Was? Was für eine Panzerfaust. Da haben wir ein MG. Okay. Da müssen wir aber irgendwie rankommen jetzt, ne? Also hier so mit den Schleichaktionen. Und wie bis jetzt. Das wird so nichts. Ne, nicht Rückzug. Wir müssen vor ihr Huren. Ficke. Das schießt mich jetzt schon von rechts wieder ab. Ganz einfach. Geh mal weiter vor. Jetzt haben wir sie wieder ein bisschen zurückgedrängt. Also kein Stress gerade. Ich bin bereit. Ja, ich auch. Dann lass uns mal vorgehen, Irish. Vor, 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 vor. Vor. Oh, das war ein Zuckerschuss. Das war ein Zuckerschuss, muss man schon sagen. Da kann der auch nicht mehr mithalten. Jetzt kommen, das waren noch mindestens acht Kopftreffer oder so. Den will ich haben erstmal. Das war ein Zuckerschuss. Oh, endlich. Ah, endlich. Das war ein guter Treffer. Ne, den habe ich, Leute, keine Sorge. Den habe ich. Macht euch mal da keine Sorgen. Ich bin ein tausendmal besserer Scharfschütze oder auch so. Nicht? Jetzt reicht es mir jetzt mal ja auch mal den da und dann passt es auch. Gut. Das müsste es dann langsam gewesen sein. Keine Sorge, ich ziehe mich nicht zurück. Ich möchte mir nur meine Munition holen. Mir ist bewusst, dass wir die Gegner beinahe am Arsch haben. Also deswegen machen wir jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Komm. Ja, jetzt wer schießt noch auf uns. Jawoll, Zucker, Zucker, ob, ob, Zucker, Zucker, ob, ob. Power, Power. Hyper, hyper. So, wir gehen da jetzt mal rein und dann werden...